Heute bewerte ich wieder mein Sternzeichen Nageldesign. Jetzt habe ich für jedes Sternzeichen ein Nageldesign gemacht. Und wir fangen an mit Steinbock. An sich finde ich das Design richtig, richtig cool. Ich wünsche, das hätte ein wenig mehr mit Steinbock zu tun. 7 von 10. Als nächstes haben wir das Sternzeichen Zwillinge. Und ich finde, das kann man auch sehr deutlich erkennen. Mit diesen Steinköpfen da, die ich modelliert habe. Denen gebe ich eine 7,5 von 10. Als nächstes sind diese Krebsnägel. Und ich finde diesen Krebs einfach so, so niedlich. Der Rest vom Design ist vielleicht ein bisschen kitschig. Aber definitiv mal was anderes. Das Design an sich bekommt für mir eine 6,5 von 10. Und zuletzt kommen die Löwennägel. Die finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Mit diesen ganzen Goldverkrompen. Ich liebe das. Ich finde, die verdienen eine 8,5 von 10. Damit ist die Sternzeichen Reihe abgeschlossen. Schreibt mal, welches euch am besten gefallen hat. Und was für eine Nageldesign Reihe ihr als nächstes sehen wollt.